Landtechnik Schweiz kann heuer auf 100 Jahre Verbandsgeschichte zurückblicken. Landwirt und Ingenieur-Agronom Franz Ineichen war der erste Verbandspräsident und ein eifriger Filmer. Von ihm stammen auch diese Aufnahmen um die 1940er Jahre. Sein filmisches Interesse entstand aus der engen Zusammenarbeit mit der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG. Enkel Ueli Ineichen ist im Besitz von Filmkopien aus dieser Zeit und stellte sie uns zur Verfügung. Dieses Filmdokument widmet sich der Stiftung Trier, eine Maschinenberatungs- und Prüfstelle in Bruck mit zahlreichen Aussenstationen. Hier sieht man eine Adhäsionsprüfung am Strickhof. Die Landwirte tragen Hemden, ältere Bauern Hüte und Chiles, die Messverantwortlichen jedoch Krawatten. Ein Gorse von Traktoren und Autotraktoren führt bei strömenden Regen in Luzern an der Hofkirche vorbei über die Seebrücke. Längs der Route sind Geräte und Maschinen ausgestellt. Dieser flinke Wöwe-Diesel mit Junkers Gegenkolbenmotor dreht quasi an Ort und führt die Einzelradbremse vor. Hecksabwelle und Anhängevorrichtung sind deutlich oberhalb der Hinterachse verbaut. Beim Flugziehen an der Kette zeigt sich das fehlende Frontgewicht. Der Motor dreht nach dem Entfernen des Zylinderkopfes weiter und kann so entrust werden. Dieser Keppeli-Dieseltraktor, vermutlich ein abgeänderter Traktor von Allgäer mit Wasserdampfkühlung, demonstriert in dieser Sequenz mit einem Einscharpflug die verbaute Bruchssicherung. Weiter geht es mit einem Gliedtrak-Traktor, gebaut von der Cleveland Traktor Company aus den USA, der hier zuerst einen Zweischarpflug zieht und dann mit einer Ecke unterwegs ist. Geprüft wurde auch dieser Grundertraktor mit Holzvergaser und Rotorecke sowie im Einsatz mit einem Schälpflug. Eher Spassfaktor war wohl dieser originale US-Jeep, mit dem man seine Geländegängigkeit überprüfen wollte. Es folgt hier eine etwas gar merkwürdige Bodendruckvorführung. Diese Hackmaschine war mit einer Fusssteuerung ausgestattet. Und diese Z-Maschine wurde schon über eine fortschrittliche Zapfwelle angetrieben. Die Stiftung Trier ging später im Institut für Maschinen- und Antriebstechnik auf. Ab 1969 übernahm die Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik, FAT, in Tenikon, heute Agroskop, ein Teil dieser Aufgaben. 2017 verabschiedete man sich in der Schweiz aus Kostengründen von der Maschinenprüfung. Musik Untertitelung des ZDF, 2020